Kennst du die 10 beliebtesten Haustiere? Ja, die Katze, die Hund, die Maus, der Vogel. Erstens Katzen, zweitens Hunde, drittens Vogel, viertens Aquarienfische, fünftens Hamster, sechstens Meerschweinchen, siebtens Mäuse, achtens Zwerghäsen, neuntens Ratten, zehntens Schildkröten. Ist so ein Hafenschweinbaum, was ist denn die Schwarzen oder die Weißen? Nein, ist nicht ein Hafen. Was ist denn dir da lieber? Wir sind lieber die Schwarzen. Aber wenn ich einen Gusto habe, ist es gemischt. Ist selten was. Was ist denn Lechturbel? Was ist denn du hauptsächlich? Hauptsächlich viel Wurscht. Ich kann Kilo weiß Frankfurter essen. Wenn ich einen guten Tag gehabt habe, so wie früher war es da. Wieviel isst du da? Wieviel Kilo isst du da? Nein, ich habe... Wieviel Paaren isst du da? Was? Frankfurt, wieviel isst du da? Wieviel Paaren? Ja. Jetzt habe ich nicht mehr so einen guten Tag. Jetzt ist ich nicht mehr zwei Paaren. Aber ich bin schon auf 10 Jahre gekommen. 10 Paaren Frankfurter isst du da? 10 Paaren Frankfurter gegessen. Ungesund ist das, wenn du zu fett bist. Das ist ungesund. Du stirbst gleich. Du stirbst schnell einmal. Hat er Schnodern, hau? Na, Schnodern hat es ja dumm. Du bist überhaupt dick? Fett bist du ein wenig? Ja, weil ich nicht so halb bin zu essen. Darfst du nicht so viel essen? Das ist ungesund, wenn du so viel isst. Du kriegst einen Herzinfarkt, wenn man so feit ist, kriegst du einen Herzinfarkt. Geh her auf. Geh her auf. Die kriegen leicht einen Herzinfarkt, der so fett ist. Solang das man auch hört. Dass man nichts wehtut, kann ich noch essen. Wenn man einmal was wehtut, dann kannst du eh nichts. Erst musst du eh aufhören. Beere mit Honig, Potelette, Steaks. Ja, das ist toll. Raten Sie sich doch auch was mit dem neuen Gewürzmix von Cotterney. Was hätte ich ohne Cotterney-Mix? Hast du noch einen großen Beilin davor? Hast du einen großen Beilin davor? Hört nicht auf, wer red's denn da eher? Kannst du es noch pumpsen? Das ist ein Betriebsgeheimnis. Kannst du es pumpsen noch? Oder seid ihr schon zu alt? Kannst du das noch? Nein, ist schon noch, Hörst. Das ist ein Betriebsgeheimnis. Urlauberl hast du, so große. So große Urlauberl hast du. Weißt du, was du sagst? Ich fahrt gerne spazieren. Du hast eine große Zunge, Hörst. Nein.